So, jetzt nochmal schnell bei einem Kunde gewesen und der hatte DSL Probleme und den hätte ich morgen um 14 Uhr machen müssen und da habe ich mir gesagt, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Und habe ich den jetzt schon vorgemacht und GTA habe ich schon eine andere Folge aufgenommen, die wird morgen rauskommen und da habe ich 35 Minuten Videomaterial gehabt und waren 72 GB und am Ende sind dann irgendwie 5 Minuten rausgekommen. Ich habe mit Facecam gemacht, die Facecam wurde aber von Camtasia nicht richtig bearbeitet, fand ich jetzt nicht so toll, aber gut, die ist also wieder raus, da muss ich mir nochmal ein bisschen Mühe geben, dass ich das nochmal irgendwie auf die Reihe kriege, aber zwei Gangfight sind mit drin und das war mega geil. So, jetzt geht's, wir haben es, ich guck mal gerade, 20 vor 7 und dann geht's gleich nochmal an den Rechner und ich denke mal, drei, ja, drei COC-Folgen werde ich noch aufnehmen und dann ist das auch gut und Licht ist noch am Streamen heute, der macht über Camcord, haut der einen Stream raus und dann, jo, werden wir mal sehen, was der Tag noch so bringt. Haut mal rein, Jungs und Mädels, bis dann, tschau, tschau.